Wir sind live, wir sind drauf. Wir sind drauf. Wir sind drauf. Wir sind drauf. Heft 13, Januar 1953. Experimental Notebook eines Politikwissenschaftlers. Um eine Politikwissenschaft zu begründen, muss man als erstes alle philosophischen Aussagen über den Menschen aus Neue unter dem Aspekt untersuchen, dass Menschen und nicht der Mensch die Erde bewohnen. Die Politikwissenschaft verlangt eine Philosophie, für die es Menschen nur im Plural gibt. Ihr Gebiet ist die menschliche Pluralität. Ihre religiöse Quelle ist der zweite Schöpfungsmythos. Nicht der von Adal und der Rippe, sondern als Land und Wein schuf er sie. Im Bereich der Pluralität, welcher der politische Bereich ist, muss man all die alten Fragen stellen. Was ist Liebe? Was ist Freundschaft? Was ist Einsamkeit? Was ist Handeln? Denken und so weiter. Aber nicht die Frage der Philosophie, wer ist der Mensch? Und auch die Frage, was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Diary 13, January 1953. Experimental notebook of a political scientist. To establish a science of politics, one needs first to reconsider all philosophical statements on man, under the assumption that men, and not man, inhabit the earth. The establishment of political science demands a philosophy for which men exist only in the plural. Its fearless human plurality, its religious source, is the second creationist, not Adam and Rippe, but male and female creatures to see them. In this realm of morality, which is the political realm, one has to ask all the old questions. What is love? What is friendship? What is solitude? What is active? Philosophie, et cetera. But not one question of philosophy. Who is man? More than, was kann ich wissen? Was kann ich hoffen? Was soll ich tun? Lesophie, et cetera. Vent洗, Products. Vielen Dank. 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 Heft 26. The thoughts come to me. I'm no longer a stranger to them. I overgrow them like a cultivated field. The thoughts come to me. ... ... ... ... ... Heft 26, 1963 bis 64. Handeln und Denken haben die Sprache gemeint. Ich denke im Handeln. Ich denke im Handeln und Denken haben die Sprache gemeint. Ich denke im Handeln. Ich denke im Handeln und Denken haben die Sprache gemeint. Ich denke im Handeln und Denken haben die Sprache gemeint. Ich denke im Handeln und Denken haben die Sprache gemeint. Ich denke im Handeln und Denken haben die Sprache gemeint. Ich denke im Handeln und Denken haben die Sprache gemeint. Ich denke im Handeln und Denken haben die Sprache gemeint. Ich denke im Handeln und Denken haben die Sprache gemeint. Ich denke im Handeln und Denken haben die Sprache gemeint. Ich denke im Handeln und Denken haben die Sprache gemeint. Ich denke im Handeln und Denken haben die Sprache gemeint. Ich denke im Handeln und Denken haben die Sprache gemeint. Ich denke im Handeln und Denken haben die Sprache gemeint. Ich denke im Handeln und Denken haben die Sprache gemeint. Ich denke im Handeln. Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ...... ...... ... ... ... ...... ...... ... 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 7, 8, 10, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 30. Das ist dann gut. Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you very much for watching. Thank you so much for watching. Thank you. Thank you. Thank you so much for watching. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Yeah.